Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben in der letzten Folge, gegen Ende der letzten Folge, den guten Nix getroffen. Der hat nix, der kann nix, der will nix. Ja doch, er wollte doch was, dass wir eine Quest erledigen für ihn. Und zwar sollen wir hier Kakteen erledigen, Skorpione töten und Alraunen erledigen. Und das machen wir dann natürlich auch. Ganz so, wie es dem Herrn beliebt. Kakteen sind böse Pflanzen übrigens. Die wehren sich. Und die geben Loot. So, dann schauen wir mal. Müssen uns natürlich auch mal um die Alraunen kümmern. Die, wie viele müssen wir denn von denen haben? Vier, okay, dann können wir uns erstmal das hier machen. Vier Alraunen ist jetzt natürlich nicht, ich hab gedacht, müssen wir auch acht Stück oder so von machen. Aber vier Stück ist natürlich sehr übersichtlich. Und dann hoffe ich, dass wir Level 49 werden, irgendwie. Also, der ist schon tot. Er ist schon tot. Okay. Und dann, denke ich mal, kommt nur noch das Solo-Szenario Trauerfestung. Es sei denn, die Herrschaften, die haben nur ein, zwei Queste für uns übrig. Was? Verzepfe, handgemachte, dünne Lederbandage. Also. Skorpione brauchen wir keine mehr. Drei Kakteen und die Alraunen. Die berühmt-berüchtigte. Ähm, ja. Die Alraunen. Die Alraunen. Und... Und... Ich wollte mal gucken, ob im Elun Shop einen Trank für 49 bis 50, ob der mittlerweile eingeführt oder erfahrungspunktemäßig meine ich Immer noch Eluns und immer noch Kakteen. Und bitte Heilung. Und das war die letzte oder? Ja. Gut, Kakteen. Auch fertig. Gut. Was müssen wir da hinten? Dem Vati müssen wir hier nur ein Geschenk für den Großvater. Okay. Mal eben lunchen. Haben wir denn alles jetzt hier? Ja, ne? Ja, haben wir. Gut, dann gehen wir zurück zu nix, der nix kann. Lüps, lüps. Ja, hatte ich doch hier, ne? Habe ich doch. Okay. Ich weiß nicht, was zu tun. Gut. Da hinten müssen wir hin. Schauen wir mal. Statt des Einsiedlers. Oder habe ich noch die Quest, wo wir da hinten drin die Typen erledigen mussten? Haben wir die vielleicht aus Versehen noch? Oder was heißt aus Versehen? Bewusst angenommen und... Ne, ne? Hier können wir jetzt nix mehr machen. Okay, dann weiß ich es nicht. Wieso haben wir hier ein X? So. Königin der Spinnen. Gut gemacht. Aber wir können noch nicht ausruhen. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass der neue Spinnenkönig seinen Platz einnimmt. Für jetzt habt ihr allerdings genug getan. Danke. Bitte. Schreckende Schlucht mit Lithia. All die armen Menschen. Mir war nicht klar, dass so viele ihr Leben wegen dieser Spinnen geben mussten. Wie grausam. Da war sie weg. Ah, mit ihr mussten wir reden. Seltene Netze abschließen. Die Stadt der Einsiedler eignet sich hervorragend zur Gefährtenforschung. Man ist ungestört. Man kann sich voll auf seine Gefährten konzentrieren. Ist das nicht toll? Wenn ihr darüber Bescheid wisst, wie man mit Gefährten umgeht, würdet ihr unsere Forschung unterstützen? Oh, da muss wohl Adelards Netz sein. Darin habe ich mich... Achso, das hatten wir ja gefunden. Der Kreisgegenstand. Jo. Mehrfach verfangen. Die Namen trage ich heute noch. Danke, dass ihr mir diese Probe vorbeigebracht habt. Zähme Adelard und nimm seinen Siegelstein. Adelard von der Vergessenen Schlucht stellt eine große Bedrohung dar. Aber wenn wir ihn bändigen, könnte der König der Spinnen ein großer Verbündeter von uns werden. Wir haben den wilden Spinnen von der Schlucht getrotzt, um herauszufinden, wo ihre Stärke herführt. Jetzt kommen wir aber nicht weiter, bis uns jemand ein Objekt zum Erforschen bringt. Das wäre uns eine große Hilfe, wenn ihr Adelard für uns in der Vergessenen Schlucht zähmen könntet und uns den Siegelstein bringt. Ja, wie soll man das machen ohne das Zeichen? Oder hat er uns das Zeichen irgendwie jetzt in die Tasche gedrückt? Unwahrscheinlich, ne? Äh, wer wäre jetzt Elite Segelstein? Notfallbandagen. So, die brauchen wir nicht vorlesen. Die haben wir ja... Äh, wir kommen nicht auf die 49. Ich wusste, ist das gemein. Herr, bitte... Es ist gut, Vertrauen in seine Arbeit zu haben. Doch in etwas zu vertrauen, für das man nicht gearbeitet hat, ist schlichtweg arrogant. Ihr seht aus wie jemand, der sich sein Selbstbewusstsein redlich verdient hat. Opfer retten. Es ist schwierig zu glauben, dass es solche bösartige Spinnen auf der Welt gibt. Danke für eure Hilfe. Ich wünsche dir Glück. Ja. Aber wegkratten, was ist das? Zehme Adelard und nimm seinen Zehmer Adelard. Ja, aber wie kann ich den denn erzählen, wenn ich den Siegelstein nicht hab? Was ist das? So, Omi. Jene Spinnen, die den Herrscher schützen, sollen gemeinsam mit ihm untergehen. Gute Arbeit. Wollen wir mir ein Thema machen? Ja, doch, wir dachten, wir werden doch Level 49. Wir haben nämlich noch hier ein paar Quests zum abgeben. Da, 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 da. So. Was haben wir denn jetzt hier? Äh, jetzt stellt sich die Frage, wo gingen die Hauptquests weiter? Ja. Ja. So, lass mal gucken. Gefährten, ne Bestiarium. Bestiarium. Adelard. Adelard, siehst du irgendwo eine Spinne? Riesen-Skorpion. Sandspinne. Schlucht-Netz-Wanderer. Oh Gott, Explorer. Piriopanus. Matura. Triti. Von der gefallenen Legion erschuf Adelag einzig zum Töten und Zerstören. Adelag ist einer der Pestgefährten der Legion und kann mit anderen Spinnen kommunizieren und sie kontrollieren. Mit der großen Anzahl an Spinnen in der Schlucht hat sich dies als größte Gefahr für die Bewohner herausgestellt. Sie sind es leid, ständig in Angst zu leben und haben sich erhoben und einen Weg zu finden, Adelag in seine Schranken zu verweisen. Ihre Mühe gibt es in einem Zeichen, das die schreckliche Kreatur bändigen kann. Es muss mittels der Gefährtenforschung mit Proben von Fleischfressen und Wüstenspinnen hergefällt. Der große Dieb Revior am Tempel ist dem Erfolg am nächsten. Was? Der große Dieb Revior am Tempel ist dem Erfolg am nächsten. So. Da hinten sehe ich doch schon. Was haben wir jetzt hier? König Zeme Adelag. König der Spinnen Zeme Adelag. Aber wir wollen ja die Hauptquest machen. Können wir ein bisschen Gas geben. Okay. Können wir mal gucken, was der droppt, wenn der tot ist. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass er sein eigenes Siegel droppt, ist wahrscheinlich sehr gering. Es leckt. Okay. Okay. Ja, ist gut. Okay. Gar nichts. Ja, ich weiß, dass wir da hin sollen. Mein Freund. Ich weiß, das. so Ja, müsste Trauerfestung das nächste Ziel sein. Lassen wir uns mal überraschen. Die wahre Schlacht. All unsere Mühen haben auf diesen Moment gezielt. Trefft euch mit den Schieben am Stützpunkt der Trauerfestung und setzt dann den Schlüssel ein, um die Barriere zu öffnen. Sobald ihr drin seid, zerstört die gefallene Legion und rettet die Prinzessin. Ja. Das Prinzesschen. Wo ist denn der Eingang hier? Was machen wir denn jetzt hier? Ist das der Eingang zur Trauerfestung oder was? Ich bin verwirrt. Shima. Ihr verfügt über eine enorme Macht. Ihr müsst darauf vertrauen. Selbst wenn andere fallen, eure Stärke wird ihnen als Stütze dienen. Ihr seid der Schlüssel zu unserem Sieg über die gefallene Legion geworden. Ich wusste, dieser Tag würde irgendwann kommen. Jetzt ist es Zeit, euer Schicksal weiter voranzutreiben. Die Streitkräfte der Gerechtigkeit in den Ödlanden sind mit euch an der Spitze zusammengetroffen. Nun haben wir auch den Schlüssel und die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Es ist an der Zeit, die Prinzessin von dem Gott der Verderbnis zu befreien und die Gefahr für das Königreich Arkanas zu bannen. Nehmt euren Platz an der Spitze der Geschichte ein und zerstört die Barriere. Benutze Barriere und Schluss. Die Vorbereitungen sind gerade vor, aber es scheint, dass wir erwartet haben. Verwärts die Barriere. Wir werden sie beschäftigen. Verwärts die Barriere. die trauerfestung wieso sitzen wir jetzt auf dem mount wer hat uns jetzt hier hoch gebracht man weiß es nicht gut kinders dann würde ich sagen machen wir einen cut und dann denke ich mal wird es in der nächsten folge reingehen hier in das gedöns ich danke euch fürs zuschauen wünsche dir da draußen auf jeden fall komm mal erst richtig im plural jetzt im singular ist es unglaublich wünsche dir auf jeden fall noch einen schönen tag schönen abend je nachdem wann du die folge siehst und sage tschüss bis demnächst vorbei und tschau